Wenn du dich gestresst oder unter Druck gesetzt fühlst, dann weißt du sicher, dass das Durchatmen hilft. Es gibt jedoch ein paar Techniken, die sehr viel effektiver noch sind, denn sie beeinflussen einen bestimmten Nerv in unserem Körper, den Vagusnerv. Wieso dieser Nerv dabei unseren Körper hilft, sich zu entspannen, Stress abzubauen und deinen Kortisolspiegel zu senken, zeige ich dir in diesem Video. Der Vagusnerv ist ein wesentlicher Teil des Parasympathikos, ein Teil unseres Nervensystems, der uns hilft dabei, uns zu entspannen und zu regenerieren. Durch gezielte Aktivierung dieses Nerves können wir unseren Körper in einen Zustand der Ruhe versetzen und so Stress und Kortisol effektiv reduzieren. Lass uns mal dafür drei Techniken machen, die super einfach sind. Wir beginnen zunächst mit der tiefen Bauchatmung. Vielleicht kennst du die Technik auch, auch Zwerchfellatmung genannt. Sie ist einer der effektivsten Techniken, um den Vagusnerv zu stimulieren. Stell dir vor, der Nerv beginnt hier oben im Gehirn, zieht runter, geht über unsere Rückenmark rüber und geht an unserem Zwerchfell vorbei. Nicht nur vorbei, sondern zieht sogar durch das Zwerchfell durch. Wenn es sich nicht richtig auf- und abbewegen kann, dann kann da eine Blockade des Nervens entstehen. Stell dir das bitte nicht wirklich vor, wie das der Nerv abgeklemmt wäre, dann hättest du ganz andere Probleme. Die Technik ist super einfach und wir machen das jetzt einfach mal gemeinsam. Dafür lege deine Hände mal auf den Bauch. Du kannst es im Liegen machen, wenn du im Bett liegst beispielsweise, zum Einschlafen. Du kannst es im Sitzen machen, um dich zu beruhigen, bei der Arbeit beispielsweise. Oder du kannst es im Stehen machen. Funktioniert alles. Es geht hier nur um deine Bauchposition. Wenn du einatmest, hebt sich deine Bauchdecke an. Wenn du ausatmest, senkt sich deine Bauchdecke wieder ab. Atme durch die Nase ein. Halte den Atem kurz und atme durch den Mund wieder aus. Wenn du jetzt tief einatmest, dann heißt es nicht nur, dass du die Luft versuchst, möglichst tief reinzuziehen. Dabei kann sich dein Brustkorb, deine Flanken bzw. dein Rücken auch öffnen. Es geht hier vielmehr um deine Bauchdecke. Wir möchten deine Bauchdecke jetzt, dass du einen richtig schönen dicken Bauch bekommst, wenn du einatmest. Bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Atme ein. Und hier, deine Bauchdecke soll sich nach unten schieben. Sie soll sich rausschieben. Dein Zweifel senkt sich hier ab. Wir machen dafür drei Atemzüge jetzt einmal. Ganz bewusst. Einatmen, Nase. Halten. Und aus. Und aus. Mund aus. Und ein letztes Mal. Einatmen, Nase. Ausatmen, Mund. Und hol dir deine Luft wieder zurück. Einmal hintereinander. Drei bewusste Atemzüge reichen dabei schon vollkommen aus. Die nächste Technik ist super einfach und kannst du auch, wenn du möchtest, jetzt direkt mitmachen. Es geht um den Kehldeckel. Ich habe dir eben schon gezeigt. Der Vagusnerv beginnt hier oben. Zieht runter, geht hier durch die Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Geht runter durch das Zwerchfell bis in den Bauchraum. Hier oben. Ein großes Problem. Erste Halswirbel. Haben viele Leute Probleme mit. Ein KISS-Syndrom wurde früher bei vielen Kindern auch diagnostiziert. Heutzutage bei weniger Kindern ist aber immer noch ein bedeutendes Problem. Wie man ganz einfach den Vagusnerv über die Halswirbelsäule stimulieren kann. Über diesen Zwischenpunkt hier. Ist eigentlich ganz einfach. Wir wollen jetzt den Kehldeckel dehnen. Wie machen wir das? Ganz einfach. Wir legen den Kopf einmal hinten in den Nacken hinein. Und damit werden auf einmal schon die Stimmbänder gedehnt. Und es fühlt sich alles so ein bisschen vorne auf Spannung an und anstrengend auch zu sprechen. Deswegen komme ich einmal wieder zurück. Wir atmen jetzt in dieser Position. Wir versuchen so weit wie es geht zur Decke zu gucken. Richten uns dabei auf. Lassen die Schultern locker. Die werden nicht mit hochgezogen. Sie bleiben unten. Lege deinen Kopf in den Nacken. Versuch so weit wie nach oben zu schauen. Achtung, wir wollen nicht dabei uns mit dem gesamten Körper nach hinten werfen. Sondern es geht nur um die Halswirbelsäule. Du schaust so weit wie du kannst nach oben. Hältst diese Position und atmest durch die Nase wieder ein. Hältst den Atem kurz. Und drei Sekunden und ausatmen. Ein. Aus. Ein. Und aus. Und bewege dich langsam dabei. Gerade wenn du hier etwas machst mit großen Bewegungen in der Halswirbelsäule. Bewege dich langsam. Viele Leute kennen das, dass wenn sie sich einmal zu schnell bewegen, dass sie sich einen Nerv dabei einklemmen. Dass sie sich so anfängt, ich habe mir jetzt was blockiert. Deswegen langsame, kontrollierte Bewegungen dabei. Und jetzt kommen wir zur letzten Bewegung. Und die letzte Bewegung, die ist wirklich gut. Dafür müssen wir allerdings einmal zur Wand. Die letzte Übung ist die perfekte Aufrichtung. Der gesamte Körper wird einmal in die Länge gezogen. Mehr gerade geht nicht. Wir haben trotzdem immer noch diese schöne S-Form in der Wirbelsäule drin. Also, im Grunde genommen, die perfekte Körperhaltung. Stelle dafür deine Füße an die Wand ran. Versuche deine Hüfte an die Wand zu bekommen. Lege nun deinen Kopf und deine Schulterblätter hinten an die Wand ran. Und lege deine Hände nun an die Wand. Und jetzt geht es um die wichtigste Position. Um die wichtigste Stelle hier. Um deine Halswirbelsäule. Diese Halswirbelsäule wollen wir nun mit dem Kinn an die Wand bekommen. Und du drehst dich ein bisschen ein. Und deine Stimme wird auch ein bisschen lustig. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir wollen jetzt in dieser Position bleiben. Und das ist ein bisschen anstrengend. Und du bleibst hier. Atmest durch die Nase ein. Und aus. Und deine untere Wirbelsäule. Da ist es vollkommen normal, dass da Platz ist. Und das ist auch gewollt. Das ist diese doppelte S-Form in der Wirbelsäule, von der man immer spricht. Und du hältst diese Position. Nase ein. Mund aus. Grundsätzlich kannst du mit dieser Übung nichts kaputt machen. Das bedeutet, du kannst es ruhig fünf, sechs, sieben oder auch zehn Atemzüge hintereinander machen. Hier geht es wirklich nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität dabei. Ich würde dir dabei empfehlen, zehn Atemzüge hintereinander zu machen, wenn du es kannst. Wenn du weniger machst, dann ist es auch in Ordnung. Es geht hier aber darum, versuche das Ziel später zu erreichen von zehn Atemzügen. Und du wirst merken, deine Aufrichtung, deine Entspannung, aber auch dein gesamter Körper wird sich danach anders anfühlen. Probiere es einfach mal aus. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann drücke doch gerne einmal nochmal hier, um kein neues Video zu verpassen. Oder schau dir das neueste Video von mir an. Das kannst du hier sehen. Ich wünsche dir alles Gute. Ein paar wundervolle Tage. Bis dahin. Da Nico.